Hallo, hier ist Orangu. Wir sind eine multinationale Kooperation, spezialisiert in der Katering- und Hospitalitätsindustrie, mit über 50 Jahren Erfahrung. Für alle Ihre Restaurants in unserem Kanal gibt es viele Lösungen für Sie. Folle uns jetzt. Die Kunst des Geschirrs. Es kann mehr sein, als nur den Stil Ihrer Ernährung zu verbessern. Gut aussehende Gerichte. Sie wirkt sich auch auf den Geschmack von Lebensmitteln aus. Also, Sie haben schlechte Laune und verlieren den Appetit? Probieren Sie ein anderes Geschirr aus. Polygonale Farbe Glasur-Essteller. Geeignet zum Servieren von westlichen Speisen. Steak. Snacks. Kuchen. Schlicht und elegant Farbe. Geeignet für Gastfreundschaft Tilde. Von Japans Zaka handgefertigte Wildgemüseschale. Gemüseform ist besonders frisch und schön. Ein Set beinhaltet eine kleine Schale. Dippschale. Bohnenschale. Kann auch als Obstteller verwendet werden. Im Jo. Skandinavischen Stil Geschirr und Wohnkultur als die gleichen nehmen den kalten Wind. Form und Farbe sind relativ einfach. Gezwungen bis. Dieses Set aus antikem. Reduziert gebranntem Keramikgeschirr umfasst große Teller. Gemüseteller. Steak Teller und Sushi Teller. Am besten als Set-Tilde. Matte Blütenblatt Keramikschale. Die Form ist niedlich und nicht zu auffällig. Kann als Snackobstteller verwendet werden. Kann auch als westlicher Essteller verwendet werden. Tilde. Geschirr aus Knochenporzellan mit französischen Buchstaben auf der Unterseite des Tellers. Snacks und Nudeln sind geeignet. Und die Unterseite des Tellers ist eine kleine Überraschung. Die sie erst nach dem Essen sauber finden. Katzensklavenschutz. Miau der Teller im Kreis beobachtet dich Tilde. Familien mit kleinen Kindern. Mehr oder weniger haben ein Baby nicht gerne Essen Mühe. Eine Kawaii Kinderreisschale kann in der Lage sein. Ihn oder sie vom Tisch zu machen. Dieses vierteilige Keramikgeschirr-Set im Westernstil ist einfach und frisch und super günstig für den Hausgebrauch Tilde. Barbie Sabi Farbe Glasur Keramikplatte. Kann kalte Speisen oder Gewürze. Ein starkes Gefühl von Alten. Schweres Gewicht. Geeignet für Retroheimdekoration Stil halten. Blauer Frühstücksteller im skandinavischen Stil. Kann aber auch als Obstteller. Salatteller oder Gebäckteller. Aber auch als Tassenablage verwendet werden Tilde. Dieses geteilte Format Frühstück Porzellanteller Form etwas Besonderes. Sehr geeignet für Ofen gebackenen Reis. Die Hauptnahrung plus Beilagen auch keinen Druck zu entsprechen. Geprägte toastförmigen Teller. Für das Frühstück Toast und Brot verwendet werden kann nicht mehr angemessen sein Tilde. Lotus Serie von Knochen Porzellan Platte. Der Wert des Gesichts ist auch keine See. Bevorzugen Sie eine bunte Küche? Ein komplettes Set mit bonbonfarbenem Geschirr. Um Ihren Sammelfetisch zu befriedigen Tilde. Diese Serie von fischförmigen Tellern sind aus japanischer Unterglasur. Verwendet als Snackteller ist besonders kreativ. Natürlich ist als Katzenteller auch sehr geeignet A-Tilde. Obstteller aus der Kirschblüten Serie mit dem Gefühl einer Frühlingsbrise. Die Haushaltsplatte nach amerikanischer Art ist viel persönlicher. Matte Wolkenessteller für Dessert. Snacks oder Obst. Einfach schön. Neben Keramik ist auch Rohholz ein guter Rohstoff für Geschirr. Die Textur ist großartig Tilde. Sammeln Sie alle sechs Farben. Können Sie den Drachen beschwören. Diese Keramiksalatschüssel mit dem originellen Holzgriff-Design ist sehr durchdacht. Als Müsli-Schale verwendet. Ist Obstschale auch sehr praktisch Tilde. Die diamantförmige Oberfläche dieser Snack-Schale hat eine sehr designorientierte Optik. Solide große Reisschüssel ist auch für das Essen unverzichtbar. Sechs Zoll in der Größe. So das Nudeln, Essen und Trinken, Suppe sind real. Und der Wert des Gesichts kann nicht niedrig sein. If you are interested in our videos, remember to follow us. Ron Good, more than 4,500 Restaurant Choice. We will keep surprising you. See you.